Wer in ist, fährt heute einen Gatsby. Ein Gatsby-Handgeschmieden aus der Edelschmiede bei Wesel. Und das macht Spaß. Eine Reichweite von fast 1000 Kilometer mit einer Ladung. Da kommt Ricardo fast bis nach Mailand. Und er fährt jede Woche einmal mit dem Ding nach Mailand, um seine Großeltern zu besuchen. Auf dem Friedhof natürlich.